Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen News-Video, denn es wurde auf den Social-Media-Kanälen von Jurassic World Evolution 2 ein sehr interessantes Know Your Dino gepostet. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist regelmäßig auf den Social-Media-Kanälen von JW2 und da wird dann entweder ein Bild zum Beispiel, was ganz nah ran gesoomt ist, gepostet und da muss man den Dinosaurier raten. Oder wie in diesem Fall halt ein kurzes Video, wo ein Sound abgespielt wird und dann muss man anhand des Gebrüll von dem Dinosaurier sozusagen diesen erraten und das ist diesmal mega, mega interessant, denn wir hören jetzt einfach mal direkt rein, würde ich sagen. Und hat es jemand erkannt? Also die Kommentare haben es auf jeden Fall erkannt, nämlich seht ihr hier, was das ist, oder was es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, nämlich der Atroziraptor, also der Raptor aus dem Film Dominion. Und das Ganze soll wohl aufgelöst werden am 29. Das ist in fünf Tagen und das ist auch sehr ungewöhnlich tatsächlich, weil normalerweise ist es immer so, dass die, glaube ich, nach ein, zwei Tagen oder so aufgelöst werden oder nach drei, ich weiß nicht, auf jeden Fall immer relativ schnell. Und jetzt ist es halt ein bisschen längere Wartezeit. Das spricht natürlich dann auch nochmal dafür, dass es was ganz Besonderes ist und eventuell damit ein neues DLC angekündigt wird. Und ihr könnt euch dann ja schon sicherlich denken, was für ein DLC das sein wird, nämlich wahrscheinlich das Schwarzmarkt-DLC oder das Malta-DLC, je nachdem, wie es heißen wird. Und da werden dann vermutlich die fehlenden Spezies aus dem Jurassic World Dominion-Film vorhanden drin sein, hoffentlich. Ich glaube, das ist auch so das DLC, was sich am meisten von der Community gewünscht wurde. Und Frontier hat ja eigentlich immer schon sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, auf die Community zu hören. Und deshalb ist das natürlich ein sehr, sehr schöner Hint. Wir können das gleich auch noch mit dem Film vergleichen. Und ich finde, man kann da auch wirklich deutlich erkennen, dass das der Atroziraptor ist. Aber bevor wir das machen, gucken wir nochmal eben in die Kommentare. Ah, hier kann man die sehen. Ja, guck mal, hier ist ein richtig cooles GIF. We're getting the Atroziraptors. Also hier steht es halt auch richtig oft in den Kommentaren. Ich glaube, so viele Leute werden sich da nicht irren. Steht hier halt wirklich überall. Wir können jetzt, wie gesagt, auch nochmal schnell den Vergleich machen zu dem Film. Und ich finde, da kann man das auch relativ deutlich hören. Wir gucken jetzt nochmal kurz hier in den Film rein. So klingt er im Film. Und jetzt nochmal das Know Your Dino dazu. Also es klingt natürlich nicht ganz identisch. Aber wenn man sich so alle Szenen von dem Atroziraptor aus dem Film anschaut, dann kann man das schon deutlich raushören, wenn man das so ein bisschen nebeneinander vergleicht. Also ich bin mir da auch ziemlich sicher, dass das der Atroziraptor ist. Ich verlinke euch nochmal ein Video unten in der Videobeschreibung, wo ihr euch alle Szenen angucken könnt. Und das kann ich jetzt hier leider in das Video nicht mit reinpacken, weil es uns wegen Copyright und so Probleme gibt. Ja Leute, das ist auf jeden Fall eine sehr erfreuliche News. Und ich bin dann auch sehr gespannt, was wir dann am 29. für eine Auflösung bekommen. Und eventuell dann auch eine DLC-Ankündigung oder sowas. Wer weiß, wer weiß. Ist ja bald Weihnachten, also würde alles perfekt zusammenpassen, würde ich mal behaupten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert. Falls ja, lasst ein Like da. Und falls ihr weiter informiert werden wollt, dann dürft ihr auch gerne abonnieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.